Moin, moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Freunde, wir sind heute mit Rizzi unterwegs, heute in Toos. Wir schauen mal ganz kurz hier rein, wir sind auf 1544 MMR, kurz vor GZ2. Wir gucken einfach mal rein, wie es läuft, Freunde. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Du möchtest ein Rocket League Items kaufen, weißt aber einfach nicht, wo du sie am günstigsten bekommst. Bei meinem Partner AOE.com hast du die Möglichkeit, alle möglichen Rocket League Items zu kaufen und das zu einem günstigsten Preis. Mit dem Code AGTV unterstützt du mich und erhältst zusätzlich 6% auf deine Bestellung. Falls du Fragen zu AOE.com hast, kannst du gerne in meinen Discord kommen und im Channel AOE.hSupport schreiben. Dort helfen wir dir weiter. Viel Spaß mit dem Video. Okay Freunde, wir starten. Erstes Match mit Rizzi gegen Shadow Man und Jura. Ich follow. Schöner Block, reicht aber nicht. Ich lege ihn bald zurück oder er, das ist auch in Ordnung. Ich lasse ihn spielen, er ist lange in der Luft. Oh, warte, nice, probiert hier den Flip Reset. Auf den Block, er geht nicht rein. Ja, das ist kein Problem. Sieht mich nicht schade. Er misst. Und bin weg. Richtig. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Ja, schade. Schade. Probier den Schuss, schade. Könnte ich auch besser treffen. Da habe ich den Schuss verkackt. Du hast open, ich miss, oder? Ne, der ist drin. Wunderbar. Boah, die Map ist, ah, die ist sehr, sehr, ah, so rot-blau. Ne, also das, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, an dieses, an diesen Wechsel. Weiter geht's. Ja, das ist ein Überhaupt-Touch ist wichtig, weil wenn der so weiterkullt in der Mitte. Oh, ich miss Boost. Aber Rizzi hat den Ball jetzt hier. Ich miss zur Zeit so viel Boost. Let's try. Oh, der hat den verkackt. Ah, jetzt gehe ich da auch drauf. Und der ist drin. Ja, ich habe gedacht, weil er schon gechallenged ist, dass er nicht direkt nochmal dreht. Also hier und dann nochmal geht. Das habe ich nicht erwartet. Ich denke, ich dachte er, er turnt. Ah, der Flippl ist nicht erwischt. Schade. Hat ja auch kein Boost mehr. Auch wichtig, dass ich hier sehr, sehr früh challenge. Hier auch, dass ich etwas mache, auch wenn ich 0 Boost habe, das ist immer wichtig. Wie sie hat denn? Er weiß, ich habe wenig Boost. Macht hier den Dribble. Dribble Set. Schön. Nice try. Schöner Schuss. Ich leg mir den Ball hier hoch. Ich habe sieben Boost. Jetzt komme ich da nicht ran. Ich wollte nach vorne hören, weil ich dachte, dass der Gegner Trizzy da irgendwie rankommt. Und dann, ich weiß nicht. Keine Ahnung. War dumm von mir. Einfach nach vorne zu turnen. Und habe ihn quasi allein gelassen. War meine Schuld. Schade. Schade. Da hinzugeben, wenn dein Mate direkt in der Nähe ist. Und es passiert ein Touch von ihm oder vom Gegner. Der Ball geht in die Mitte. Der Ball ist drin. Das ist ein Gegentor. Und ich habe jetzt aber gesehen, dass Rizzy ihn stört. Deswegen achtet bei solchen Situationen. Jetzt gehe ich da kurz hin. Auch auf den Gegner. Nicht nur auf den Ball. Schön, Rizzy. Macht das ganz stark. Aber ein schwerer Ball. Kein einfacher Ball zu nehmen. Cutter. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Cut. Sehr, sehr guter Cut. Schaut mal jetzt hier. One v one. Absolute one v one. Also deswegen Cutten ist nicht immer schlecht. Naja, kein guter Touch. Dann hätte ich stärker hiten müssen. Kann jetzt Rizzy hin. Macht das sehr, sehr stark verteidigt. Schön. Ist er drin? Ja, nice. 3-2, Freunde. Nice. Schöne Games auf jeden Fall. Also man merkt, dass Rizzy auch wirklich stark. Cooles Decall auf jeden Fall. Und der Gegner verlässt das Match. Um Gottes Willen. Er hat das Spiel verlassen. Und an dieser Stelle, Freunde, würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Match. 4-2 war sehr, sehr gut gespielt. Wir sehen uns im nächsten Match. Let's go. Okay, ihr Lieben. Weiter geht's. Wir spielen gegen Marzi und Rikes. Ich follow. Guter Block. Ich habe mir Boost. Leg mir den Ball hoch. Flip Reset. Nice. Schön cleaner Flip Reset an dieser Stelle. Wow. Diese Prise war ja nicht perfekt, weil hier der Ball nicht arg hoch war. Aber ich habe mir sehr hoch gepoppt. Deswegen sehr, sehr schön hier den Flip Reset geholt. Hier noch einen schön kassiert von Rizzy. Achtung. Ich blieb mir an der Wall. Der Mist. Blieb mir hin im Ball. Ach, verdammt. Ich wollte ihn mir vorlegen. Rizzy ist da. Nice. Schöner Touch. Mal gucken, was er macht. Vor allem Sealing noch am Start. Schade. Schnell zurück. Gebt mir Boost Clown. Macht gar nichts aus. Macht gar nichts aus. Schau mal Rizzy. Hier. Macht hier das Tor. Sehr, sehr nice. Also da ist der Gegner einfach viel zu offensiv. Was soll der machen? Was macht er da hinten, wenn der hier keinen Boost hat und struggelt? Ich meine, die sind auch ein Team. Vielleicht drehen die miteinander und hätte da eine das sagen können. Jetzt habe ich den Kick aufgekackt. Rizzy hat den. Nice. Probiert's. Ja, 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 ja. Was gefährlich. Der auch. Achtung. Vielleicht noch ein Flippel-Set. Schade. Präsidium dem Schatz. Schade. Ja. Hätte man's goren können. Nice try. Gegner hier mit dem Flippel-Set. Ja, das macht er stark. Mein Fehler. Ich hätte früher challengen müssen. Ich habe ihm zu viel Zeit gegeben. Was muss ich noch lernen, hier zu challengen? Hier, irgendwann hier, aber nach, also bevor er den Flippel-Set nimmt, den zweiten. Weil er war ja schon auf dem Weg auf dem Boden und, ja. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr krasses Torfengegner, muss man einfach sagen. Boah, schlechter Kick-Off. Boah, diesmal macht er nicht den Fehler. Hier warte ich. Ah, ganz schlecht gespielt. Ich glaube, er boost. Bis sie kommt. Ich warte in der Mitte. Oh, ich werde gebombt. Wie sie hat denn? Ja, nice. Boah, schauen wir, schön. Aber vielleicht geht ihm den Boost aus. Ich bin da zu weit vorne. Ich muss mehr Abstand halten jetzt. Nice, Rizy. Ich kriege hier nicht den Boost. Schön. Oder hat er den Boost bekommen? Wäre jetzt gut zu wissen. Ich fähig ja. Boah, hier gibt einen Boost holen, Rizy. Da halt die Pads nehmen und dann ist das nicht mehr so extrem gefährlich. Bomb nur den Gegner. Ich gehe nach hinten. Rizy 1v1. Probiert es. Ja, ein ganz schlechter Engel. Kann da nicht viel machen. Ah, schade. Ich bin für den, äh, Rizy. Probiert. Backe ich hier. Ich habe keinen Boost mehr. Double Commit rausgeholt. Blau Boost. Ah, doch. Ist okay. Oh, open net. Rizy. Oh, Mist. Schade. Er kommt. Ich bin in der Mitte. Mal gucken. Schön. Oh, nice try. Oh, den wollte ich eigentlich in die Ball spielen. Wir sind ja. Wir machen gerade schon ordentlich Druck. Verdammt. Oh, das war so dumm gespielt von mir. Auch wieder my bad. Zu aggressiv. Einfach noch. Äh, ich muss unbedingt einen Gang runter schalten und dann klappt das. Weiter geht's. Ich gewinne immer. Wir sind auf jeden Fall das bessere Team. Okay. Das hat gar nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Schade. Schade. Oh, der bombt mich. Das gibt's nicht. Jetzt ist Rizy allein. Mist. Verdammt. Oh no, oh no, oh no. Er misst auch. Das ist die Möglichkeit. Geht zum Flip Reset. Ich hab kein Flip Reset bekommen. Jetzt Rizy mit der Möglichkeit schießt nach außen. Legt sich den Ball vor. Und ich kann ihn nicht blocken. Ich hoffe, der Gegner hat keinen Boost. Das war mein Problem. Ich cut hier. Oh, der war rein. Okay. Ich follow. Oh mein Gott. Und der Ball geht rein. Let's go. 3 zu 2. Gewonnen. Perfekt. GG ist auf jeden Fall. Haben sie gut gespielt, aber wir haben ein bisschen mehr Glück gehabt an dieser Stelle hier mit dem Kickoff. Und ja. Freunde. Nächstes Match. Eins machen wir noch. Letztes Match. Let's go. Okay, Freunde. Wir haben das letzte Match. Wie auch heute. Gegen Mifia und Azbno. Schade. Warten. Ich nehme die Möglichkeit zu schießen. Mist. Oh. Der war gut getroffen. Der war gut getroffen. Aber Gott sei Dank hat auch der Gegner gemisst. Also hier in dem Fall. Ja, geil. Okay. Ich follow. Warte. Okay. Das war nichts. Block. Wichtig. Wie sieht er denn? Der ist in der Wall. Ich habe nur wenig Boost. Ich brauche da nicht hingehen. Bei dem Boost hat er bekommen. Ich muss den blocken. Sehr wichtig. Hat auch den Boost bekommen. Und Rizzy kommt nicht. Schade. Ah, ich habe da keinen Boost bekommen hier. Dachte, komm hin. Komm nicht hin. Er nimmt mir Boost-Bit und hat hier voll das Momentum aufs Zoo zu schießen. Macht er auch. Oh, hat ein SSL-Titel. Das ist ja sehr nice. Oder SSL-Banner. Ja, der Schuss war nichts. Das Pets sammeln. Nice. Schade. Schöne Parade von mir. Also, da kommen auf jeden Fall kranke Schüsse. Hier, jetzt die Möglichkeit. Block ihn. Schöner Block. Jetzt die Möglichkeit für die Z. Ja, die Möglichkeit. Der Patzer ist da. Den Flippel ist jetzt schade. Ja, ich kann nicht hinweisen. Ich habe keinen Boost. Ich gehe lieber in die Defensive. Wollen wir da einen dummen Fehler machen? Schön. Beide sind gebaumt. Er ist ab. Spielt den Ball rüber zu seinem Mate. Rizzy muss hoch. Hat den nicht lassen durch. Schade. Ja, ich hatte mehr Platz. Mehr Zeit natürlich in dem Fall. Richtig, dass er mich anschießt. Schöner Pass. Let's go. Mach ihn mit. Ah, schade. Uh, nice try. Ah, solche Möglichkeiten muss man gegen solche Spiele nutzen. Genauso wie diese Möglichkeit. Er geht rein. Ein sehr schön gespielt von mir bis jetzt. Also, frühe Challenges, Freunde, ganz wichtig. Wenn ihr Boost habt. Wenn ihr Boost habt. Und die Gegner sind da oben. Die gehen hoch. Geht hoch. Ganz wichtig. Ihr müsst früh challengen. Natürlich muss man mit hinten sein. Das ist die Voraussetzung. Ja, da zum Beispiel hätte ich auch hochgehen können. Schaut mal den Pass. Perfekt. Rizzy hat Zeit. Und macht das auch sehr, sehr gut. Lässt sich die Zeit. Blut bis Zeit. Und Fake. Schade. Probierst jetzt einfach mal Solo. Ob Rizzy nicht da ist. Aber lieber so, wie wenn er... Wie wenn er Gegner automaten. In dem Fall. Das ist auch sehr, sehr oft passiert. Wisst ihr selber. Ah. Wird ich eigentlich stärker treffen? Ja, hier hole ich nur ein bisschen Zeit raus. Also, lieber so... Lieber etwas defensiver wie zu offensiv. Schade. Und... Spawne hier richtig. Wir sind mit der Möglichkeit. Der Gedrüch und Rizzy macht sie. Let's go. 3 zu 1, Freunde. Wichtiges Tor an dieser Stelle. Ja, hier der Cut. Ganz wichtig. Zack, über beide durch. Und Rizzy sieht das. Geil. Geil gemacht, mein Lieber. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Es wäre natürlich geil, wenn ich hier alle drei Menschen hintereinander gewinnen würde. Ich vermute auch sogar, dass wir aufsteigen. Hier fake ich. Und spiel den mal nach außen, weil ich keinen Boost mehr habe. Probier den Boost noch zu kriegen. Probier den First Touch zu kriegen. Krieg keinen First Touch. Geh nach hinten. Rizzy kommt. Sehr nice. Sehr schön gespielt von Rizzy. Auch ein sehr, sehr schneller Spieler immer noch. Und ein gefährlicher Ball. Ist nicht da. Ich kann nicht ab. Wenn ich da jetzt so abgehen würde, würde mich irgendwie beaten. Ist nicht gut. Jetzt gehe ich hier nach vorne. Mal gucken. Wichtig. Ist nicht drin. Ich habe mir hier Boost. Achtung. Bleib hier. Bleib hier die ganze lange Seite des Torkers. Das ist einfach wichtig. Legen wir nochmal eine Zoll. Und hofft, dass Boost kommt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Der First Touch war okay. So Rizzy. Rizzy hat ihn. Shit, Mann. Rizzy, bist du da? Ah, ist nicht da. Drei, zwei, zehn Sekunden. Ja, ich habe keinen Boost mehr gehabt. Ich habe absolut keinen Boost gehabt. Und ich habe gehofft, dass Rizzy da mehr draus macht. Dann wäre er wahrscheinlich halt sein selben Boot wie ich. Jetzt halt einfach kein Tor kriegen. Schön, Rizzy. Ganz wichtiges Ding. Sieben Sekunden noch. Oh, er macht das Tor. Das ist jetzt schon, Freunde. GG's an dieser Stelle. So. Ja, Gegner haben noch nicht. Doch, jetzt haben die Gegner das Spiel beendet. GG's an dieser Stelle, Leute. Und hier auch GG's an Rizzy, der dabei war. Drei Matches gespielt. Drei Matches gewonnen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir abgestiegen sind. Wie sieht es aus? Nein, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ich denke, dass ein Sieg noch fehlt. Schade. GG's vielleicht beim nächsten Mal, Freunde. Und an dieser Stelle sehen wir uns im nächsten Video. Euer AngelTV. Ich denke, wir sehen uns im nächsten Video.